So, willkommen zurück. Wir könnten auch hier oben hoch weiter, eventuell. Schnauze. Oh, das hört sich sehr nah an. Das könnte die Decke schon sein. Ja, tschüss. Andererseits könnte man das Vieh angreifen. Oh, ich glaube, das ist zu weit weg. Oh, ich trau mich nicht hoch, für so lange hat viel da ist. Mist, ey. Weitere Knochenblöcke? Yeah. Das hole ich mir schnell, gerne. Ich bin einst dran, ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Also Gerne. Ich bin dran. ist natürlich eigentlich sehr ungünstig dass es hier skelette gibt die können einen schnell über den jordan schießen siehst du fängt schon an der ps jetzt wirst du wo sind wir hochgekommen jetzt mal ernsthaft da da oben die blöcke sehen auch interessant aus oder ist es das könnte in der zerex er gibt es hier viele skelette älter walter warum ich eigentlich nicht mehr im bogen insitz des morgen willst dann scheint das im prinzip das gebiet der skelette zu sein würde auch irgendwo sich macht mit den knochen hier ich brauche es erstmal so viel ab wie ich kann das würde eigentlich auch ein guter quarts ersatz sein ich meine basalt ist jetzt tatsächlich nicht so viel da ist immer kleiner höfchen aber wenn es gut aussieht mit dem texturen paket wenn es dann mal abgeupdatet habe dann würde ich tatsächlich vielleicht damit die oberfläche austauschen wollen aus oh ich dachte schon jedes mal wenn ich so was weißes hier denke ich mal gleich so dann haben wir f- oh fuck Leck mich Mist. Sind das zwei? Oh ja. Ihr könnt gern verschwinden. Der eine ist weg. Das finde ich gut. Der andere auch. Sehr gut. Wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Ach, leck mich doch eh. Okay. Wie ist das? Wie ist das? Ähm. Müsst ihr mal so ausrasten? Das ist natürlich ein bisschen nervig jetzt. So, irgendwelche Blocke? Ne. Oh, nur noch einspitzen? Ne, zwei. Oh nein, Luhin. Ach du Scheiße. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Das Lohin hier auch sind. Alter, was haben die für eine Reichweite bitte? Wo ich mir erstmal den Basalt hier. Oh, das sieht interessant aus da hinten. Da sind auch andere Blocke, oder? Aber es ist auch Basalt. So. 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 Robert Mitmusik. Hè zu da? Echtes. Tau, Tau. Du hast dich billions€ gemützt. Und Zeug. Du hast dich. Und tienes Kapche hast. Ja, du hast dich. Du bist Suspricht. Du bist unsere conjugationstand. so gut wenn wir klatschen muss ich das nicht unbedingt bekämpfen hat wie aber die lohen verschwinden auch nicht so wirklich doch das ist dass das baselt aber das ist was anderes das würde ich mir gerne angucken jetzt wieder ausharren in meinem bunker lalalala lalalala lala la lala äh jetzt feioh noch an liikum yum Oh, oh, oh. verschwinde ist der jetzt komplett weg oder nur außer sicht weiter und skelett nur außer sicht weiter gut wir sagen machen an dieser stelle wieder ein häuschen versuch vielleicht noch mal hoch zu kommen definitiv andere blöcke und dann geht es hier in der nächsten folge wieder weiter spitze bedanke mich bis denn ja